Willkommen zurück zu Gothic 1 und zwar diesmal auf Hardcore. So Hardcore schwer, wie es nur geht. Also das ist wirklich die schwierigste Mod, die ich finden konnte. Und da dachte ich mir, ja man hat ja auch sonst keine Schmerzen, deswegen spiele ich das heute mal. Und es wird dann so aussehen, wir kriegen ultra wenig Lernpunkte oder ein bisschen weniger als normal und überhaupt keine Lebenspunkte. Und die Monster sind alle noch viel stärker und es gibt noch neue Grafik, neue Waffen und und und. Also lasst euch überraschen, wir sehen uns gleich wieder. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu retten. Also, wie sieht's aus? So, wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach Ende zu drücken. Dann ist aber ein bisschen gereizt der Gute. Deswegen gehen wir alle Gesprächsoptionen erstmal durch. Und dann kommt, glaube ich, schon die Schwierigkeitsgradwahl. Und dann seht ihr mal, was auf uns wirklich zukommt. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort, von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brullet und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird für eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klar zu machen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Es gibt da eine schöne Theorie über Diego, nämlich, dass er mit Bullet eigentlich gemeinsame Sache macht. Und jeder Gefangene, der neu reinkommt, der wird dann von Bullet verprügelt. Und Diego kommt dann, um die Neuen davon zu überzeugen, ja ich bin ein Retter, komm doch ins alte Lager, weil ich dich gerettet habe. So ein bisschen. Also es ist nur eine Theorie, ich weiß nicht mal, was da wirklich dran ist, aber fand ich auch mal sehr schön. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst vom Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Cooler Typ. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Das machen wir. Danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Und jetzt kommt die Schwierigkeitsgrad-Wahl. Und wir können mal gucken, was sie hier alles so ein bisschen neu gemacht haben. Weil ich sehe gerade in dieser Mod sieht einiges anders aus. Also es ist viel mehr Vegetation hier. Und vor allen Dingen, das hier ist doch auch neu, oder? Will der irgendwas? Ne, der redet auch nicht mit uns. Grimes? Ein neues Gesicht. Ein neues Gesicht. Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit zehn Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Den trifft man ja in Gothic 2 wieder, ne? Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten zehn Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen. Dir auch. Viel Glück noch. Ich habe genug gehört. So, er ist jetzt Händler und er hat eine wunderschöne Rüstung an. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Die mag ich. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, habe ich. Gut. Dann weißt du ja schon Bescheid. Oh ja. Oh, wie der jede Menge Zeug. Als ich ans Ufer gespült wurde. Das können wir mal fragen. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem neuen. Sie nennen es die Taufe. Deswegen die Theorie. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine. Aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Die Taufe vor allen Dingen. Im Übrigen, wo ich es gerade immer mit neuen Lager sehe. Ich habe noch nie ein neues Lager gespielt. Und da wäre ich mal wirklich zu 100% dahinter, diesen Durchgang zu machen. Ich hatte auch schon mal eine Abstimmung, welches Lager am besten, eurer Meinung nach, ist. Und die meisten waren fürs neue Lager. Tatsächlich. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gommes sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten. Unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Pass auf. Ah, das Kämpfen hier war ja auch ein bisschen anders als in Gothic 2 noch. Kann man das eigentlich mitnehmen? Hier gibt es Bananen. Warte, ich speichere erstmal. Hier seht ihr schon zwei Speicherstände, wo ich mal ein bisschen die Mod ausprobiert habe. Kann man mitnehmen? Juck, kein. Ach, die Banane erstmal mitgenommen. Das sind alles Heilsachen. Für später. Oh, oh, oh. Oder ist das nur eine Warnung? Das ist nur eine Warnung, ne? Man kriegt noch keinen Schaden. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir können nochmal da oben gucken. Vielleicht gibt es da ja noch was zu klauen. Oder? Ist natürlich... Ah, er dreht sich um. Ich habe gehofft, er dreht sich nicht um. Verdammt. Okay, wir können nochmal hier gucken. Oh, hier ist noch eine Münze. Sehr gut. Und ein paar Pfeile. Ich hatte mir nämlich überlegt, wir könnten doch diesen Durchgang auch mal Bodenschützen spielen, oder? In Gothic 1 hatte ich das nämlich noch nie. Oh, eine Pfanne. Die könnte man vielleicht für Fleischzubereitung brauchen, soweit das in der Mod hier geht. Im Übrigen, wen das jetzt interessiert, was für eine Mod ich hier spiele und so. Das ist die Othello in Hardcore. Und die verändert halt viel in der Spielwelt. Ich klem nochmal alles in die Videobeschreibung, damit ihr dann nachvollziehen könnt, okay, was genau muss ich denn da installieren, runterladen und, und, und. Und ich mache das alles über Spine. Tutorial ist auch gleich mit drangehangen, habe ich auch schon mal gemacht für YouTube. Da geht das super einfach zu installieren, wirklich. Also, das hat keine fünf Minuten gedauert und ich konnte schon spielen. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, ja, gut. Neues Lager und Bogenschütze. Ich bin mir aber noch nicht sicher, bei den LP, die wir pro Stufe bekommen, ob das nicht schlau wäre, erst noch auf Schwertkampf zu gehen, wisst ihr? Oder ein bisschen auf Stärke zu leveln, denn, ja, Dämonenpilzbündel, okay. Ähm, ich weiß nicht, wenn man immer so ein bisschen Stärke noch hat, dann kann man erst mal im Nahkampf draufkloppen. Und gerade am Anfang trifft man ja noch nicht so gut, ne. Das ist ja immer das Problem bei, bei Fernkampf, dass die Gegner mal ordentlich rankommen müssen. Und ich kann noch mal die Stats zeigen. Äh, wir beginnen mit 10 Stärke und Geschick, alles ist auf 10% und Lebensenergie auf 100. Das ist jetzt so, ich glaube, ein bisschen anders als im normalen Spiel, ne. Ich habe jetzt die HP-Werte in Gothic 1, Anfang nicht mehr im Kopf, nur von Gothic 2. Ah, da brauchen wir eine Waffe für, oder? Warte. Ah, ne. Können einfach tothauen, den Eimer. Gut. Ja, da waren es 40, ne. Ich weiß nicht, ob die das erhöht haben hier, aber die Gegner teilen hier auch ein bisschen mehr aus. Ich habe es mir erst mal angeguckt. Ich wollte nämlich erst mal wissen, wie schwer sind denn eigentlich die Gegner am Anfang direkt, ne. Nicht, dass ich mich hier wieder um Kopf und Kragen rede. Tönt er hier wieder. Fängt er mit Hardcore an und dann wird er von allem gewonshottet. So, ähm, hier. Nehmen wir mal alles mit hier. Hier ist auch ultra viel verändert worden, oder? Es sieht alles so ein bisschen anders aus. Auch die Höhle hier, die gab es ja davor noch nicht. Cool. Wirklich cool. Hier müsste auch irgendwo ein Schwert oder sowas rumliegen. Eine Sichel haben wir hier. Okay. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Ähm, können wir mal kurz hier reingucken. Hier war nichts mehr, ne. Hier vorne? Ne. Hier gab es auch nur eine Sichel. War nicht normal immer ein rostiges Schwert hier? Ich bin mir nicht sicher. Was macht die an Schaden? Ein Handschaden, drei. Schlagradius, 30. Kritischer Treffer, minus 10. Haben wir das jetzt? Ja, wir haben tatsächlich null Prozent jetzt. Okay, das ist wirklich traurig. Das ist wirklich, wirklich traurig. Äh, ich würde gerade noch mal speichern. So, da drüben scheinen mir Wölfe zu sein, oder? Oh ja. Ja, ja, ja. Also Wölfe schaffen wir höchstwahrscheinlich noch nicht. Da machen wir erstmal einen Bogen drum. Ich hätte gesagt, dass wir erstmal gucken, was hier oben noch ist. Ich bin immer großer Freund davon, am Anfang schon alles mitzunehmen. Im Übrigen, im Einhandkampf, wer jetzt die Version hier nachspielen sollte, da gab es so einen Trick, wie man schnell angreifen kann. Ich glaube, man klickt immer erst und drückt weh, ne? Ja, genau. Also wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, dann kann man richtig schnell irgendwann angreifen. Man hat nicht diese Animationen dazwischen. Und das kann ganz hilfreich sein, um gerade gegen starke Gegner nochmal anzukommen. Vor allem, dass man mit Rechtsklick und W springt, ist so ungewohnt, ich sag's euch. Ich habe auch mal ein Video gesehen, wie die Entwickler das gespielt haben. Ich glaube, das war ein... Der Mike Hoge war da dabei? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, da ist ein Goblin. Okay, wir speichern nochmal. Und die sind hier nicht hochgekommen. Die sind hier einfach nicht hochgekommen. 110 Leben. Ja, ihr seht schon, die halten ultra viel aus. Aber wenn man das halbwegs geschickt macht, dann kriegt man die auch letztendlich bald tot. Eine Nagelkeule. Sehr gut. Weil ich finde, die Sichel ist wirklich ein bisschen lost, was das angeht, bezüglich Schlagreichweite. Weil 30 ist schon wenig. Der hat 40. Okay. Eine Spitzhacke hat sogar 55, ist aber Zweihandwaffe. Und mit der können wir das nicht so easy machen, wie mit dem Einhänder. Deswegen lieber die Keule. Die macht auch 6 Einhandschaden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben noch einen Feuerpfeilzauber. Den könnten wir eventuell auch noch nutzen. Ich muss gleich mal gucken, auf was wir hier noch stoßen. Da unten sind auch noch Wölfe. Oh, oh. Also, Wölfe würde ich echt erstmal meiden wollen. Da bin ich ehrlich. Ist das da vorne ein Gardist? Warte, wir heilen uns erstmal hoch. Ich glaube, das wäre das Schlauste. Das können wir auch mal ausrüsten. Und... Oh, prozentuale Lebenswiederherstellung. Das ist ja sehr schlau. Das ist ja wirklich sehr schlau. Können wir ja gleich so umrechnen. 7% sind gleich 7 Leben hier. Sind ja bei 100. Waldbeere. Okay. Dann nochmal ein Speicher Rinski. Und dann schauen wir mal, was der Dude da vorne so will. Was zum Teufel machst du hier? Oh, das trifft uns. Oh mein Gott. Ja. Das wäre Deathcounter Nummer 1. Wollen wir eigentlich mit Deathcounter spielen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das wäre doch sehr lustig. Das wäre schon mal Nummer 1. Ich mache mir schon mal einen Strich. Weil ich glaube, wenn wir mal die Hardcore spielen. Und ihr oben dann in der Ecke so einen kleinen Deathcounter eingeblendet habt. Das macht es nochmal doppelt lustig und doppelt so schmerzhaft. Und vielleicht können wir uns ja was ausdenken. Wenn wir dann bei 30 oder 50 irgendwann sind. Muss ich auch was kleines machen hier. Während einer Folge. So. Ich würde das einfach so handhaben. Warte. Oh. Brandschaden. Warte. Wir lassen ihn laufen. Das war ja easy. Aber der Brandschaden macht das ja übelst attraktiv. Magier zu spielen, oder? Findet ihr nicht? Also das hat es mir wirklich gerade angetan. Rostiges Schwert. 55 Schlagradius. Und 14 Einhandschaden. Das nehmen wir doch direkt. Ey. Das ist so viel besser als dieses Sichel-Ding, was wir da eben hatten. Das war ja wirklich verloren. Berik. Er hat sogar eine Karte dabei. Weswegen er höchstwahrscheinlich umgebracht wurde. Würde ich einfach mal so schätzen. Beriks Karte. Ah ja. Bei Fässern. Warte mal. War das nicht am Austauschplatz? Oder ist das in der Burg? Eins von beiden wird es sein. Ich glaube aber, er ist in der Burg. Also es ist in der Burg so. Wollen wir ja noch richtiges Deutsch sprechen hier. Ich speichere nochmal hier. Gibt es ja echt Quick-Safe? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in Gothic 1 noch Quick-Safe gab. Ja. Ach, dann kann ich mir das ersparen, immer ins Menü zu gehen. Gut. Da hinten ist ein Snapper. Würde ich jetzt einfach mal die Finger von lassen. Also ich bin zwar manchmal ein bisschen lebensmüde, aber provozieren muss man das ja jetzt trotzdem nicht komplett. Ich glaube, da gibt es dann ordentlich aufs Maul. Aber wir können mal hier runterspringen. Das würde mich mal interessieren. Ah, da ist eine Leiter. Hat er schon geschnuppert? Ne. Den juckt das nicht. Aber wir können hier runter. Cool. Wollen wir das mal machen? Hey, komm, das machen wir doch einfach mal. Aber warte mal. Waren da nicht noch Moral Rats? Die würde ich noch davor besiegen. Komm, das machen wir noch davor. Wenn wir die überhaupt tot kriegen, ich weiß es gerade gar nicht. Weil die Viecher hier machen eventuell sehr viel Schaden. Der andere wird nicht aggressiv. Das ist gut. Einen allein schaffen wir auf jeden Fall. Ja, genau. Komm her, du kleine Schweinchen. Ich mag Moral Rats, ne? Habt ihr schon mal das Art Design vom Gothic Remake gesehen von Moral Rats? Guck, da kommt der andere direkt. Und der eine macht 20 Schaden. Ihr seid doch irre. Das Problem an Moral Rats ist einfach, die weichen nicht zurück. Das heißt, wenn ihr die schlagt, dann bleiben die einfach stehen. Und greifen euch trotzdem weiter an. Das heißt, die normalen Bieste, Monster, wie auch immer, die weichen ja immer so einen Schritt zurück. Und dadurch habt ihr immer die Möglichkeit, immer weiter drauf zu schlagen. Und dann sind die praktisch in so einer, in eurer Attackenkette gefangen und können sich nicht wehren. Da oben geht ja richtig der Punk ab. Das habe ich gar nicht gesehen. Wie viele Goblins sind denn da? Ach, du lieber Himmel. Seht ihr das? Hilfe! Ja gut, das können wir mal lassen. Oh, hier sind noch Waldbären. Alles wichtig, denn... Und Erzproben, Holzfäller-Axt. Oh je, so viel Loot. Ich finde es auch cool, dass man hier einfach Bündel an Pilzen hat. Eine Drachenwurzel. Cool. Okay, das sind Wölfe. Die schaffen wir definitiv noch nicht. Und die Goblins auch nicht. Ihr habt ja schon gesehen, so ein kleiner grüner Goblin hat 110 Leben gehabt. Da haben wir ewig lang drauf gekloppt. Die Moralreds sind jetzt schneller umgefallen. Und ein Ihmchen hier ist auch umgeklappt wegen Feuerfeil. Aber die haben wir ja jetzt leider auch nicht mehr. Deswegen würde ich einfach sagen, wir klettern hier mal runter. Leitern in Gothic waren ja eh immer so eine Sache. Ich hoffe mal, die haben hier so einiges jetzt gefixt. Liegt da was? Da liegt doch eine Fackel und drei Pfeile, ne? Oder? Hoffen wir, ich segle gleich nicht hier komplett runter. Im Übrigen, ich habe Quick Loot und Autosprint und alles mal rausgelassen. Weil ich dachte mir, komm. So viele haben mir in die Kommentare immer geschrieben, das macht so ein bisschen die Immersion von Gothic kaputt. Dass da Quick Loot dabei ist. Man kriegt das nicht mehr so richtig mit und alles. Und Autosprint macht das auch so ein bisschen kaputt. Deswegen alles raus. Wir spielen das so. Ich will nicht sagen Classic wie möglich, weil wir haben ja die Urtello noch drauf. Aber so Hardcore wie möglich. So, da können wir doch mal rein, oder? Und Cadence Amulett. Es sieht aus wie ein Amulett oder ein Schlüssel. Bin ja mal gespannt, wo das wieder reingesteckt werden muss. Und ich freue mich schon wirklich sehr aufs neue Lager. Ich glaube, das Erste, was wir dann machen, ist erstmal Schweig verprügeln, damit wir unseren Besitzanspruch durchbringen können. Nämlich die Hütte. Das wird ganz wichtig. Ob wir den aber kaputt kriegen, ist ja wieder die andere Frage. Weil gerade wenn wir auf Bogenhainz gehen, dürfte es problematisch werden, hier Leute zu verprügeln. Die fallen ja dann einfach tot um. Wenn sie so ein paar Pfeile in der Brust stecken haben. Haben so Pfeile so an sich. Beim Schwert, da machen sie lieber nochmal auf den Bauch so ein bisschen Breakdance. Aber so, was war denn das da oben? Achso, okay. Da wird nur die Leiter angezeigt. Hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Aber ist schon cool gemacht, oder? Vor allen Dingen, wie viel Zeug man einfach finden kann, wenn man sich drauf einlässt. Sowas liebe ich, wirklich. Das liebe ich an Rollenspielen. Wir gehen aber trotzdem nochmal hoch, weil da sind noch ein paar Scavenger. Das kann man nicht mitnehmen. Ach, schade. Ähm, die würde ich gerne noch. Wegen der Erfahrung halber. Einfach mal killen. Schnetzeln. Wie auch immer. Und da können wir das Schwert nochmal ein bisschen ausprobieren. Ich würde mich aber davor nochmal heilen wollen. Mit ein paar Waldbären. Dafür sind die immer gut. Ich liebe die. Ich liebe die. So. Ist das ein Tippie hier vor uns? Ja, ne? Komm. Ein kleines Mäuschen. Die Hauptaufgabe wird es dann in den Folgen dann noch sein. Ihr kennt ja Drax, den Jäger, ne? Oh, auch 100 Leben. Aber die fressen auch gut. Also ich finde, man macht gut Schaden, aber die Gegner auch. Ist eigentlich ein guter Trade-off für Hardcore, oder? Ist ein guter Trade-off. Ich finde, da hat man trotzdem noch die Chance, so ein bisschen, wenn man schnell ist, alles zu killen. Aber kann auch selber schnell in die Bredouille kommen und muss manchmal schon hart überlegen, okay, was mache ich jetzt? Das haben ja andere Spiele dann später auch noch hinzugefügt, wie zum Beispiel, leider durch Mods, ja, aber Skyrim zum Beispiel, da gibt es auch einen Hardcore-Modus. Und wenn ihr da am Anfang, da kommt ihr ja durch so eine Höhle und gegen die Kaiserlichen, gegen die kämpft ihr ja dann, ne? Und die haben immer einen Bogen dabei und die können euch auch mit einem Schlag niederstrecken. Und das fand ich irgendwie immer sehr lustig, weil dann, du spielst das Spiel komplett anders. Du musst wirklich überlegen, was du als nächstes tust, wo du lang gehst, welchen Zauber du für wen verwendest. Alle Ressourcen waren auch so ein bisschen knapper. Finde ich viel, viel schöner und es ist ein viel schöneres Erlebnis, wirklich. So, wir gehen nochmal nach der hinten hoch, oder? Hätte ich gesagt. Ah, ein Wolfsfell, das sah eher aus wie ein Schattenläuferfell, wenn ich ehrlich bin. Auf die Freunde freue ich mich noch am meisten. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie stark sie Orks und sowas gemacht haben. Ah ja. Bernsteinring? Das meine ich halt, ne? Guckst du nur um eine Ecke und da findest du wieder so viele Sachen hier. Ein Bernsteinring? Warte mal, ich geh mal groß hier. So einen Busch wollte ich jetzt nicht im Gesicht haben. Ähm, der Bernstein, da. Artefakte. Geschicklichkeitsbonus von 1. Ja, warum nicht, ne? Nehmen wir doch mal. 1. Ja, gut. Ich will jetzt nicht aus dem Fenster springen dafür, aber... Ich nehm's mit. Ist ja gut. Oh. Oh. Das war doch ein Goblin, oder? Habt ihr's gehört? Der erstickte Schrei? Ja, ja. Ich hör's. So, was essen wir? Wanzenfleisch. Genussmittel. Eine Seen Diego. Heidelbeeren. Ich glaube, aus den meisten Sachen hier kann man tatsächlich auch ein bisschen was brauchen. Gebraten schmeckt's besser. Kann ich mir sogar vorstellen. Wurzelsuppe. Supi. Deswegen, wir sollten auf jeden Fall Fleisch sammeln. Und wir machen nochmal was. Das mach ich eigentlich immer, wenn ich nicht weiß, wo die Gegner stehen. Okay, die sind hier irgendwo dahinter. Warte, ich speichere einfach mit der 5. So. Wo ist er? Was ist ja der Scheiße? Ah, okay. Da ist ne Tür. Da kommt schon... Oh! Oh, da ist er. Habt ihr gesehen? Er hat sie einfach versteckt. Ein Waldgoblin. Welch garstiges Getier greift mich denn... Da an... Ja. Erstmal das Genick gebrochen. Danke. Oh, der kommt gleich hinterher, ne? Der will. Aber die KI scheint dann doch das größere Hindernis zu sein. Der entheilt aber auch aus, ne? Sehr gut. Ich find's schön, dass sie Erzbrocken dabei haben. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir das, was hinter der Höhle liegt, wirklich besiegen können. Ich bezweifle's mal stark. Ist, glaub ich, eher was für später. Oder... Da ist einfach nichts an Monstern dahinter. Sondern nur ein Schatz versteckt. Ey, ich lieb die Mod jetzt schon, oder? Also, ich find das auch immer sehr schön, um das grad mal kurz zu erklären, wenn man mal noch was anderes dabei hat. Gerade am Anfang so ein paar neue Sachen, die man noch entdecken kann. Weil so als alter Gothic-Hase, ich mein, man hat dann alles irgendwie schon mal gesehen, wenn man das dann so zwei, dreimal durchgespielt hat, sag ich mal. Bei mir waren's nur zweimal bisher. Ähm, und das auf YouTube. Ähm, und einmal war's mit der Definitive, ne? Von den zwei Malen. Die Definitive kann ich auch sehr empfehlen. Nur nicht als Magier, der kriegt ja Haarausfall. Gerade später, wenn die Mana-Tränke, äh, knapp werden, kann's sehr eklig werden. Also, das war meine persönliche Erfahrung, äh, wen das wirklich nochmal interessiert. Kann in den letzten Folgen beim Schläfer-Tempel bei mir nochmal reingucken. Es war wirklich ein bisschen schwieriger als erwartet. Ist da unten Blattwin? Den wollte ich jetzt eigentlich nur nicht treffen. Aber uns bleibt ja nichts erspart hier. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Hallo. Du läufst hier rum, als würdest du hier was suchen. Tatsächlich? Hm, stimmt vielleicht. Wieso? Wunderbar, frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Woran hast du dabei gedacht? Was brauchst du denn? Ich will hier rein. Hast du vor, durch dies Tor zu gehen? Ich verstehe. Was willst du haben? Genauso sehe ich das auch. Und? Mit nur zehn Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? In Ordnung. Wir sind zehn Erz für dich. Na siehst du. Du kannst ja doch die richtige Entscheidung treffen. Da mir die Situation gänzlich unbekannt ist und ich nicht weiß, ob wir verprügelt werden oder nicht, lass ich's mal zu. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Sonst haben wir uns eigentlich immer einen Spaß draus gemacht. Blatt würden so lang zu meiden, wie's nur geht. Und, oh, ne Schatulle. Die ist jetzt mein. Ich glaub, da sind die zehn Erz auch direkt wieder drin. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, und wie gesagt, wir haben ihn immer gemieden. Und dann irgendwann später, also richtig spät, wenn sie auch das alte Lager zumachen wollen, so kurz davor, haben wir ihn immer noch umgebracht. Also, ganz normales Kaffee-Gerns-Let's-Play, hätte ich gesagt. Und vielleicht haben sie auch Matt mal überarbeitet. Das wär auch sehr schön, wirklich. Weil an Matt hat mich tatsächlich nur gestört, dass er immer die Gespräche unterbricht, die man gerade führt. Das war immer ein bisschen nervig. Ansonsten, ja, ging's eigentlich. Wenn er nur Kommentare ablässt, einen aber nicht immer in dieses Dialogfeld zwingt, ist er eigentlich ganz in Ordnung. So, und das ist Drax, der Jäger, von dem ich vorhin anfangen wollte. Ich hab nämlich immer die Challenge, die Scavenger vor ihm zu killen. Weil er mischt sich immer ein. Wirklich, jedes Mal. Aber naja, gut. Da würde ich einfach sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Ich würde euch unbedingt mal empfehlen, die Mod auch auszuprobieren. Ihr seht ja schon, wie wunderschön das hier alles aussieht. Es sieht alles viel, viel, ja, mehr geupdatet aus, sag ich mal. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns sonst noch erwartet. Und nächste Folge unsere Challenge, die Scavenger noch schneller zu killen. Und dann geht's auch direkt ins alte Lager, würde ich sagen. Wir könnten noch Nex Amulett davor holen. Wäre das eine Idee? Ich weiß nicht. Ich guck mal. Ansonsten, lasst ordentlich Likes, Kommentare, Abos, sonst was da. Was auch immer, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.